Die erste Maske ist gefallen Bei The Mask Dungster ging es am Donnerstagabend erstmals richtig rund. Die neue Rateshof feierte große Premiere in Deutschland und gleich sieben kostümierte Stars präsentierten auf der Bühne ihre mehr oder weniger starken Tanzkünste. Am Ende musste das Glühwürmchen jedoch seine aufwendige Verkleidung lüften und unter der Maske steckte die Musikerinute Lämpe, 58. Zwischen dem Schaf und dem Glühwürmchen wurde es zum Schluss spannend. Mit den wenigsten Anrufen musste jedoch der funkelnde Käfer seine schwere Maske abnehmen und darunter kam Mutte zum Vorschein. Völlig verschwitzt erklärte die Sängerin, es war sehr anstrengend. Ich habe es überlebt. Das Ratte-Team rund um Alexander Klaas, 38, und Steven Gätzchen, 49, war bach von der Enthüllung. Doch trotz der ersten spektakulären Demaskierung konnte diese Mask dankster Premiere die Zuschauer nicht unbedingt vom Hocker hauen. Im Netz sammelten sich recht schnell kritische Stimmen, denn das Publikum beschwerte sich, man könne die Promis nur schlecht unter den Kostümen erahnen. Die Maske schweizchen Die Maske schweizchen Die Maske schweizchen Vielen Dank.